Ja, das stimmt. Ja, guten Abend. Hallo Annika. Hallo. Ja, das ist jetzt die letzte, das letzte Interview können wir eigentlich nicht sagen, die letzte Aufzeichnung in diesem Jahr. Wir haben dann schon zwölf Aufzeichnungen gemacht und heute wollen wir mal so einen Rückblick, was ist denn in diesem Jahr alles passiert in den Clubs, als Anregung für andere Clubs und eben halt auch für uns selbst, damit wir auch sehen, es hat doch was gebracht, diese ganze Arbeit. Am Ende ganz kurz noch eine Vorschau, was wir im nächsten Jahr planen. Und ja, dann wollen wir einfach mal starten, Annika. Dann gebe ich mal meinen Bildschirm frei, genau. Sehr schön. Und dann geht's los. Super. Ja, wir haben heute viele tolle Beispiele für Clubaktivität, über die wir uns unterhalten wollen. Wir haben ganz viele tolle Menschen aus ganz Deutschland eingeladen, die uns aus ihren Clubs erzählen, was ist im rotarischen Jahr 2021, 2022 so gelaufen. Das wird vielseitig, das wird facettenreich, aber es ist eben immer unter dem Flaggschiff and Plastic Soup. Das ist das, was uns alle verbindet. Und Maja, wie können wir uns das gleich vorstellen mit den Beispielen? Wie wird das Ganze passieren? Ja, wir fangen an mit Cleanups. Das ist natürlich das, wo die meisten Leute, woran sie denken, wenn sie ihren Plastic Soup hören, dass man Müll sammelt. Aber dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Projekte und wir haben sogar den ersten Global Brand, der uns gleich vorgestellt wird. Super. Ja, Entschuldigung. Du hast gesagt, wird vorgestellt. Wir haben jetzt ganz viel auf unserer Agenda. Wie sieht das mit dem, ich komme ja aus dem Problem, wie sieht das mit dem Zeitlimit aus, damit wir uns nicht verquatschen? Also, wenn jeder sich so ein bisschen kurz fasst, sich an unsere Fragen hält, dann ist für jeden so drei Minuten sind schon drin. Und da können wir auch ganz viel vorstellen. Ich fange gleich mal an. Sehr gerne. Ja, dieses Bild hier zeigt einen Interakt-Club. Interakter sind die jungen Rotarier von zwölf bis 18 Jahre und meistens sind sie mit einer Schule verbunden. Und dieser Club ist hier in Konstanz und die haben eigentlich eine ganz tolle Aktion. Die haben mit ihrem Rotary-Club vereinbart, dass für jeden Müllsack, den sie gefüllt dorthin liefern, dass sie dafür Geld bekommen für entweder eine Shelterbox, das ist so eine Box für Menschen in Not, oder eben halt auch, um Bäume zu pflanzen. Und ich finde die Idee einfach richtig, richtig gut, dass man sagt, okay, wir sammeln und Rotary, ja, hilf uns jetzt und gib uns bitte Möglichkeiten, damit wir auch finanziell vorankommen. Und das ist hier passiert. Unser nächster Gast ist der District Governor-Elect, das ist er ja in einigen Wochen, Frank Garrelts. Der ist Mitglied bei dir im Club, glaube ich, ne? Ja, genau, richtig. Erzähl mal, was habt ihr hier gemacht? Ja, das Bild kommt mir auch sehr bekannt vor. Und zwar haben wir unsere jährliche Clubfahrt gemacht. Und zwar waren wir in Papenburg und haben dort gemeinsam mit dem RC Papenburg versucht, Papenburg von Müll zu befreien. Und wir haben gemerkt, Maja, du erinnerst dich, wir hatten mal eine Veranstaltung zum Thema schlechte Abbaubarkeit von Zigarettenstummeln. Und gefühlt haben wir den Papenburger Park von allen Zigarettenstummeln befreit. Das war wirklich erschreckend zu sehen. Also da lag meistens nicht nur eine Zigarette, sondern dann war es gleich gefühlt ein ganzer Aschenbecher. Das war schon richtig krass. Und wir haben es geschafft, mit ganz vielen Menschen zusammen innerhalb von ein paar Stunden wirklich viele Müllsäcke vollzukriegen. Das war richtig toll. Ja, das ist gelaufen am Action Day von Amplastic Soup. Das ist der 4. Juni, aber auch am Action Day von Rotary. Das war der 21. Mai. Dann habt ihr das, glaube ich, gemacht. Dann war es bei uns. Genau. Ich weiß, dass Monika auch bei uns im Publikum ist. Monika Licht, die Haare wird es. Ihr habt am 4. Juni gesammelt, Monika. Und was war da so eure Erfahrung? Also wir haben es jetzt zum zweiten Mal gemacht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, erstens, nach dem ersten Mal ist alles einfacher, weil es sind nur noch Routinen. Und wir haben überlegt, gehen wir wieder in die Innenstadt von Böpaufürt. Böpaufürt ist die älteste Stadt im Bergischen. Oder nehmen wir lieber eine andere Strecke? Nein, wir sind wieder in die Innenstadt. Erstmal war es erschreckend, dass es schon wieder alles verschmutzt war. Und zweitens haben wir extrem viele Kontakte gehabt. Also das war, glaube ich, das Wichtigste. Wir hatten auch in der Hosentasche immer schön unsere Flyer, haben die dann verteilt. Und sind wirklich gut in Kontakt gekommen mit den Menschen. Und haben auch festgestellt, dass das eigentlich mit das Wichtigste ist. Dass man einfach mal klar macht, was eigentlich das für Ferkeleien sind, wenn man einfach mal so die Zigarettenstummel wegwirft. Und wir haben auch die Leute dazu bekommen, dass sie selber mal auf den Boden geguckt haben, haben gesagt, boah, das ist ja echt Wahnsinn, was hier liegt. Also ich glaube, diese Sensibilisierung ist wirklich etwas, wo man regelmäßig immer wieder nacharbeiten sollte. Genau. Und du sagst es ja auch, für das Clubleben auch interessant, weil man sich mal mit jemandem trifft und unterhält. Das war wirklich schön, dass sich immer wieder so kleine Grüppchen gebildet haben. Das ist wie ein Spazierengehen und man erzählt. Und ich war mit meinem Partner unterwegs und wir haben gesagt, wir könnten eigentlich noch drei Stunden weitersammeln, weil wir noch so viel zu erzählen hatten. Also das finde ich richtig toll. Also ich habe jetzt weitergeklickt, weil alles das, was wir anziehen, das wird über Rotary Merchandise dann auch verkauft. Und ich freue mich richtig, dass wir auch so Bekanntheitsgrad bekommen. Das kann man, man kann so ein Polo-Shirt mit seinem eigenen Clubnamen. Und neu hatten sie auch diese riesen, von recyceltem Plastik übrigens, Müllsäcke. Wenn man die hat und die sind natürlich bunt-orange, dann sieht man das auch auf dem Bild ganz gut. Und es macht richtig was aus, weil die auch so groß sind. Ja, da muss ich eben weiterklicken und dann komme ich schon zum ersten Global Grant. Ja, Monika, ach Monika, sage ich schon. Annika, was ist eigentlich ein Global Grant? Kannst du das mal kurz erklären? Oh, ich bin immer ganz schlecht im Erklären, aber das Coole ist, wir haben heute Abend solche Experten da. Namentlich heute Abend Christian Mayer, ich habe ihn, glaube ich, schon gesehen. Und der darf das jetzt für uns alle stellvertretend erklären, bevor ich das falsch mache. Christian Mayer, sind Sie da? Ja, guten Abend. Und ich freue mich, dass ich unser Global Grant vorstellen kann, wobei ich mich jetzt überhaupt nicht als Global Grant Experte bezeichnen darf. Und ich bin total dankbar, dass wir bei uns im Club einen rotarischen Freund haben, der das seit vielen Jahren schon macht und wahrscheinlich der erfahrenste Global Grant Experte im ganzen Distrikt 1842 ist, Freund Müller-Römer. Und das Zweite ist, wir haben das Global Grant mit einem ägyptischen Club gemacht, mit Al-Charuk. Und mit denen haben wir schon einige Global Grant-Projekte veranstaltet. Da ging es immer um Wasserprojekte, um Bildung auch in Ägypten. Und die, das heißt, es ist eine langjährige Partnerschaft, wo wir wissen, das funktioniert und man kann sich aufeinander verlassen. Und es ist natürlich ein schönes internationales Projekt. Das heißt, Global Grant geht es am Ende um ein internationales Projekt, was auch von Rotary International gefördert ist oder unterstützt wird, auch finanziell. Und in dem mehrere Clubs mitmachen, mehrere Distrikte im Idealfall mitmachen. Und wir haben jetzt das auch geschafft, in diesem Projekt über 55.000 Dollar zu sammeln, um damit ein Boot in Ägypten zu finanzieren, was den Nil reinigt. Und man muss fairerweise dazusagen, das ist quasi auch eine Arbeitsteilrundung. Also der ägyptische Club kümmert sich um die ganze Organisation vor Ort, um das Boot, um auch die Community vor Ort. Er macht das auch mit anderen ägyptischen Clubs dort zusammen. Und unsere Aufgabe war es als internationaler Partner, das Funding zu organisieren. Also mehr oder minder zu schauen, dass die finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt wird. Und das haben wir geschafft. Da bin ich auch sehr dankbar drüber, weil das war jetzt auch natürlich mitten im Jahr, wo erst die Flut war und dann an der Herausforderung, dann über 50.000 Dollar zusammenzubekommen. Das war eine große Herausforderung. Was schön ist, es geht nicht nur darum, ein Boot zu finanzieren, was den Nil reinigt vor Plastik, sondern gleichzeitig auch die lokale Wirtschaft zu fördern. Also die Idee dahinter ist, mit dem Boot können die Fischer vor Ort Geld verdienen, indem sie nämlich Plastik einsammeln und pro Plastik Kilotonne dann vergütet werden. Und damit ihre Familien finanzieren können. Das Plastik wird wieder genutzt, um das zu recyceln. Und da werden zum Beispiel Taschen draus hergestellt. Die werden dann wieder verkauft und die lokale Wirtschaft unterstützt. Und gleichzeitig wird das Geld auch genutzt, um Bildungsprojekte vor Ort zu finanzieren, die wieder sich um das Thema Nachhaltigkeit und Awareness drehen. Also wie schafft man, dass der Müll erst gar nicht in die landet und man ihn gar nicht mehr rausfischen muss. Das heißt, auch in den Schulen Projekte zu finanzieren, die einfach so früh wie möglich anfangen, dort ein Bewusstsein zu schaffen, die Umwelt und den Fluss und die Natur zu schützen. Und das finde ich jetzt eine schöne Kombination. Und das war auch schlussendlich die große Herausforderung bei dem Global Grand, das auch so in diesem Projekt zu vereinen. Weil einfach nur zu sagen, man kauft jetzt ein Boot und reinigt den Deal, da würde jetzt Rotary International nicht sagen, da machen wir sofort mit. Sondern es braucht auch immer diese Komponenten. Die Nachhaltigkeit, es muss immer auch dieser Kreislauf dargestellt werden. Es sollte auch immer eine Bildungskomponente haben. Und das so dann unter einen Hut zu bekommen, dass man es finanziert bekommt, dass man auch die Partner vor Ort hat, die dann genau diese Komponenten auch zuliefern können. Das habe ich jetzt als, auch wenn wir nur unmittelbar an der ganzen Organisation beteiligt waren, als sehr große Herausforderungen empfunden. Und es braucht wirklich einen guten Partner vor Ort. Ja, ich finde das großartig, denn es gibt erst ganz, ganz wenig Global Grants in dem Bereich Environment. Das ist ja der siebte Area of Focus, der siebte Schwerpunktbereich jetzt von Rotary. Und ja, herzlichen Glückwunsch nach München, dass euch das geglückt ist. Denn ich weiß, wir wissen, wie viel Arbeit das macht. Und auch dieses Geld zusammenzubekommen, das ist auch keine einfache Sache. Also großes Kompliment und wir wollen natürlich im nächsten Jahr gerne weiter wissen, wie das vorangeht. Ja, sehr gerne. Vielleicht noch einen Dank würde ich nämlich gerne auch zurückgeben an Enplastic, auch an dich, Maja. Weil die ganze Finanzierung hat vor allem geklappt und das war für uns als Club auch so eine Neuheit. Bisher haben wir so immer so in unserem, unter den Münchner Clubs, mit denen man irgendwie gemeinsam Projekte gemacht hat, hat dann gesammelt und versucht dann das Geld zusammenzubekommen. Und das war für uns auch das erste Projekt, wo wir wirklich international Partner hatten, die auch finanziert, das mitfinanziert haben, dank Enplastic Soup, weil wir das als Plattform nutzen könnten und ihr das auch über eure Kanäle weitergetragen habt. Und dadurch dann amerikanischer Clubs unterstützt habt. Ihr habt es von Enplastic Soup als niederländischer Club unterstützt. Und das gibt natürlich auf der einen Seite Sichtbarkeit und es gibt auch diese Authentizität, die es dann auch wieder andere Clubs sagen, wenn die da mitmachen, dann geben wir auch noch 1.000 Euro. Also es ist so dieses Miteinander. Und da bin ich sehr dankbar und das hat extrem gut geklappt. Also kann ich auch zu animieren, die Plattform Enplastic Soup als zu nutzen. Ich habe ja auch versucht, dann ein, zwei Worte zu sagen zu dem Projekt und das hat geholfen, darüber zu reden. Und das Zweite, was ich auch gemerkt habe, auch bei uns in München, ich habe dann versucht, einfach auch bei Clubs, auch bei Rotaract habe ich Vorträge gehalten dazu und sind immer auch auf der einen Seite genutzt, um Enplastic Soup bekannt zu machen, aber auch das Projekt, um wieder irgendwie 1.000, 2.000 Euro zu sammeln. Und das geht wirklich am besten, indem man vor Ort geht und mit den Menschen redet. Und dann ist eigentlich jeder Club, zumindest bei uns in München, bereit zu sagen, okay, ich gebe nochmal 1.000 Euro. Und damit spricht man wieder drüber und sagt der andere Club, okay, wenn die 1.000 Euro geben, geben wir auch wieder 1.000 Euro. Also es ist so, wenn man so eine kritische Masse erreicht hat, dann kommen die meisten nicht mehr aus, auch noch was zu unterstützen. Also ich glaube, das ist eine tolle Plattform Enplastic Soup, auch was ihr als Arbeit macht. Genau. Es ist natürlich Rotary, wenn man so will. Das ist das weltweite Netzwerk. Wir bedienen uns gerne auch der Kooperation, der Mitarbeit von anderen Clubs. Und weltweit ist tatsächlich das Ganze richtig, richtig, richtig jetzt in Schwung gekommen. Und ich hoffe, dass das hier jetzt auch ein Beispielprojekt ist, fängt jetzt in Afrika an. Da gibt es bestimmt viele Orte, wo man genau solche Projekte auch noch starten kann. Danke, Christian. Danke nach München. Sehr gerne. Und ja, ich habe gesehen, dass Frank jetzt da ist. Frank, wir haben, deine Aktion hat Annika jetzt schon dargestellt. Wir haben angefangen und wir fahren fort. Solltest du wieder weg müssen oder solltest du noch was sagen wollen, dann wäre jetzt die Möglichkeit. Also wenn, dann würde ich jetzt noch was sagen und danach bin ich dann wieder weg. Du siehst ja, ich bin jetzt hier voll im Einsatz. Ich suche Mikroplastik ohne Ende. Der Strand ist sehr lang und darum, ich habe es ehrlich gesagt verschwitzt am Anfang dabei zu sein. Wenn Annika das gemacht hat, Annika war dabei. Ich habe also auch wunderbar mit Annika am Abend schön über alles Mögliche diskutiert und auch sehr viel über Interestik. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, das ist die einfachste Art und Weise, hier tatsächlich umweltorientiert aktiv zu werden. Für jeden Rotary Club geeignet. Zigarettenkippen gibt es überall. Und so eine Aktion kann man immer organisieren. Und ich kann einfach nur sagen, das sollte man wirklich immer noch weiter nach vorne bringen. Es klingt so banal, aber wenn ich mal denke, wenn wir mit, weiß ich nicht, fünf Leuten auf einem Haufen von ungefähr zehn Quadratmetern da gestanden haben und unterhalten haben und nur Zigarettenkippen aufgesammelt haben, dann ist das schon ein sehr starkes gemeinsames Event. Und was dabei an Müll rauskam, obwohl alles sauber aussah, das ist immer wieder frappierend. Ich danke dir. Du hast eine ganz tolle Überleitung jetzt geschafft zu unserem nächsten Gast mit den Zigarettenkippen. Ja, ist doch super. Ja, dann machen wir mal ganz schnell weiter. Okay, dann sage ich tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ja, dann sind wir bei Greta. Genau. Und ich weiß noch, Greta hat bei mir sehr viel Eindruck hinterlassen und ich denke mal nicht nur bei mir, denn Greta hat bei uns im Interview ihr wirklich unglaublich tolles Forschungsprojekt vorgestellt. Und Greta ist heute da und gerade eben wurde noch gesagt, ja, wie weit oder was alles passieren kann. Und Greta, ich glaube, bei dir ist eine ganze Menge passiert in der letzten Zeit, seit wir uns im Interview gesehen haben, richtig? Ja, ich fange immer ganz gerne an mit meiner Story. Also das ist ja ganz klein angefangen. Ich glaube, ein paar von euch kennen Bernd Austermann. Und den habe ich zufällig, als ich mit meinem Hund durch den Wald gegangen bin, getroffen. Und dann hatte ich schon vorher mein Projekt sozusagen vorgestellt bei Jugend forscht und so. Und da kamen wir so ins Gespräch. Und wie ich bin, ratte ich das dann immer ganz gerne runter. Und dann kamen wir auch noch mehr ins Gespräch. Und zufällig war das ein Nachbar von einer Freundin von meiner Mutter. Und dann bin ich so irgendwie in einer von euren Videokonferenzen gelandet. Und was dann daraus passiert ist, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Also wo wir jetzt hier stehen, wir haben ja die Reile auch gemacht. Das war ja wundervoll. Also da waren wir ja mit den Mädels, die ja auch in der Videokonferenz drin sind, in Mallorca. Und haben da ganz viel Müll aufgesammelt und uns weitergebildet. Jetzt bin ich auch Ambassador. Und das macht mir total viel Spaß. Ja, also da fehlen manchmal einem echt die Worte, wozu Plastics und generell Rotary fähig ist. Dementsprechend kann ich da nur ein ganz, ganz großes Danke aussprechen. Ich würde sagen, wir haben auch zu danken. Denn du bist einfach eine unglaubliche Inspiration, auch für junge Leute, sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Und allein schon zu sehen, dass das dein erster Satz dann ist. Ich habe wieder so viel gelernt, zeigt ja einfach in Anführungszeichen, wie du drauf bist. Und dass es einfach noch so viele Themenbereiche gibt, für die man sich einsetzen kann. Insofern vielen Dank auch von uns, dass du einfach für die Sichtbarkeit oder zur Sichtbarkeit dazu beiträgst und einfach immer weitermachst. Also wir sind ganz stolz, dich immer dabei zu haben. Und ja, sie sagt es gerade schon, sie ist Amplastic Soup Young Ambassador geworden. Wir haben fünf auf der Welt verteilt. Kenia, zwei Mädchen in Indonesien, in Großbritannien. Also es geht wirklich um die Welt und unsere Greta ist eine davon. Und wir freuen uns richtig, dass Deutschland so vertreten ist und auch noch mit einer Greta. Also was will man noch? Greta war nach unserem ersten Interview übrigens auch so eine Fernsehsendung über gesundes Wasser eingeladen auf Fox. Hat da ihr Programm auch nochmal vorstellen können. Also es ist schon einiges passiert. Und das Letzte ist, dass im Metabolon ein kurzer Film auf Deutsch und auf Englisch über ihr Projekt gedreht wurde. Beziehungsweise so eine Fotosession mit gesprochenem Text. Der wird jetzt auf YouTube und auf unseren Websites auch erscheinen. Also danke Greta. Ja. Junge Leute haben wir noch mehr. Ja, das stimmt. Dann können wir mal weitermachen. Sehr gerne. Ja, wir haben Hannah, Jara, Joy, Frauke und Luisa. Und Hannah wird heute sprechen. Machst du weiter oder Annika? Auf meiner Liste steht es anders, aber wir sind ja super. Aber das ist ja egal. Wir gehen nicht dahin. Wen haben wir da? Wir haben Hannah da, richtig? Ja, genau. Hallo Hannah, schön dich zu sehen. Hallo. Freue mich da zu sein. Wenn du magst, erzähl uns einfach, was sehen wir dort auf dem Bild, was uns da gerade zugespielt wurde? Ja, das bin ich und meine beste Freundesgruppe auf Mallorca. Und wir sind da gerade auf unserer Reiler und präsentieren unsere Kampagne namens Plastopia. Und die haben wir mit dem Make-It-On der Uni Osnabrück als Anlass erstellt. Und da ging es darum, dass wir eine Kampagne errichten sollten, die halt gegen die Plastikverschmutzung unserer Umwelt handelt und halt eine Aufklärung und ein Bewusstsein dafür schafft. Okay, jetzt habe ich... Machst du noch weiter? Genau. Und wir sind dann mit einer Lösung, haben wir dann angeboten, wo wir ein Brettspiel und eine App erstellt haben. Und da geht es grundsätzlich darum, dass SpielerInnen durch Steinfurt, also unsere Heimatstadt, reisen können und da durchgehen können und halt verschiedene Aufgaben lösen sollen und auch Informationen und so weiter über halt Plastik und Plastik in unserer Umwelt bekommen. Und generell soll das Spiel dann halt zur Aufklärung dienen und halt den Make-It-Danken des Make-It-On auch aufgreifen. Also das spiele dann unter anderem die Aufgabe, Plastikmüll aus ihrer Umwelt zu sammeln. Cool, aber das ist eine App, die kann man sich ganz normal runterladen oder kann man die irgendwo sich... Also die App ist noch nicht vollständig entwickelt und wir haben dann, also wir haben dann den ersten Preis beim Make-It-On gewonnen und durften dann halt auf die Reiler, wie man jetzt auf dem Bild sieht. Und dann haben wir auch unter anderem unsere Kampagne dem Rotary-Club in Steinfurt, also in unserer Umgebung vorgestellt. Und da waren die Leute ziemlich begeistert und wir haben irgendwie nur positive Rückmeldungen bekommen und so weiter und war super. Und unter anderem haben wir dann halt auch, uns haben zwei Leute angesprochen, die gerne uns helfen möchten, unsere Kampagne wirklich zu realisieren und helfen, die umzusetzen. Und jetzt vor circa drei Wochen hatten wir dann nochmal eine Zoom-Konferenz, wo wir dann mit jemandem gesprochen hatten, der Kontakte zu einem Mann in Berlin hat, der mit Lieferando was zu tun hat. Und die würden uns dann gerne unterstützen und jetzt sind wir so dabei, uns ums Fundraising sozusagen zu kümmern, damit wir unsere App, daran wollen wir festhalten, damit wir die endlich umsetzen können. Also was ich unglaublich beeindruckend finde bei euch, ist einfach diesen Gedanken zu nehmen, dass Leute sich wirklich mit ihrer aktuellen direkten Umwelt befassen und einfach mal die Augen aufmachen und den Blick schärfen, einfach für den eigenen Wohnort. Ich glaube, ist das auch ein Punkt, den ihr wirklich als sehr wichtig erachtet? Ja, auf jeden Fall. Also die Idee war ja erstmal grundsätzlich, und das war auch die Aufgabe des Make-a-Tons, dass wir eine Kampagne für lokal, also lokale Kampagne errichten. Und wir haben dann halt das dem Rotari-Club in Steinfurt vorgestellt. Und uns ging es auch darum, dass man die Umgebung erkundet und dass man halt ein Bewusstsein dafür entwickelt und mal nach draußen geht. Und also wir haben eine sehr natürliche Umgebung hier bei uns in Steinfurt. Wir haben super viele Parks und Wälder und so weiter. Und vor allem da haben wir unser Spiel hingesetzt. Also es ging wirklich auch um die Umgebung. Und als wir das dann präsentiert haben, da haben wir auch die Idee bekommen, dass man das ja vielleicht erweitern kann und auf größere Städte beziehen kann, unsere Kampagne. Schön, also ich glaube, die Arbeit ist noch längst nicht vorbei. Auf gar keinen Fall. Vielleicht fängt sie auch jetzt erst richtig an. Aber ich finde es ein total spannendes Projekt und ich würde mich auch freuen, in Zukunft zu sehen, wie ist es denn weitergegangen und wie ist demnächst der aktuelle Stand? Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ich denke auch, es ist nochmal ein Beispiel dafür, wie unendlich die Möglichkeiten sind bei Rotary. Und einfach mal an die Tür klopfen, einfach mal schauen, was möglich gemacht werden kann. Und man findet in den meisten Fällen offene Ohren, offene Türen. Und ja, das ist wieder ein Beispiel dafür. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr dann schon weiter sind und zeigen können, was daraus geworden ist. Ja, vielen Dank. Wir drücken die Daumen für alles Weitere. Genau. Und da geht es weiter. Also hier haben wir den Kunstwettbewerb Jever Jeverland. Ich weiß nicht, ist jemand jetzt da aus Jever-Jeverland? Ich glaube nicht, ne? Ein bisschen vom ESC, Jever-Calling. Nein. Nein. Dann springen wir doch nach Westerstede, richtig? Genau. Ich sage hier nur ganz kurz zu. Hier hat man sich zu einem Jahrgang, auf einen Jahrgang begrenzt und das zusammen mit dem Fach Kunst gemacht. Hat das etwas weiter noch getragen als nur Plastik, sondern wirklich Umwelt. Man hat eine Betriebsbesichtigung gemacht mit den Schülern und dann danach eine Ausstellung. Und man konnte auch, die Zeitung, die war richtig involviert, große Berichterstattung, bunte Farben, große Zeitungsausschnitte und man konnte über die Zeitung auch mit abstimmen. Also es war schon ein großes Event, muss ich sagen. Genau. Aber es gibt mehr Kunstwettbewerbe. Ja, Grüße aus Westerstede, aus dem Ammerland. Neben Annika, neben Fidi Fehn, ohne Polizeikontrolle. Ja, der Rotary Club Westerstede, wir haben uns auch überlegt, wie wir dieses Thema aufgreifen können im letzten Jahr und wie wir das umsetzen können. Und wir haben einen Schulwettbewerb ausgeschrieben, Zeitraum September 21 bis Dezember 21 für die Grundschulen und die weiterführenden Schulen sowie BBSen. Und wir haben von vier Schulen sehr schöne, kreative Rückmeldungen und Beiträge bekommen. Die wurden dann von uns alle vier prämiert. Und die Darstellung, wie wir es machen wollen, ist, wir haben bei uns in Westerstede einen sogenannten Güterschuppen. Das ist die ehemalige Lagerhalle des Westersteder Bahnhofs, der unter Denkmalschutz steht. Oben rechts sieht man auch das Bild aus dem Güterschuppen. Und dort haben wir dann eine Vernissage gemacht, nebst einer Ausstellung am 16. Januar. Und haben diese vier Beiträge dann ausgestellt, haben die Schülerinnen und Schüler eingeladen, ihre Projekte kurz vorzustellen. Wir waren sehr froh, dass Maya da war, hatten einen sehr spannenden und tollen Vortrag gehalten im Rahmen dieser Vernissage. Und die Schulen haben dann einen Preis bekommen, 300 Euro für die Klassenkasse, sowie alle Schüler eine Eintrittskarte für das jeweilige lokale Schwimmbad, sodass da auch nochmal der Bezug zum Wasser war. Und das Bild auch oben rechts, was man gerade sieht, das ist der Beitrag des Gymnasiums Westerstede. Und dort ist es gelungen, dass wir diese Ausstellung oder diesen Beitrag jetzt bei Ursula Warnken, auch beim, ich nenne es immer Naturkundemuseum, da habe ich immer einen ganz großen Rüssel bekommen von Ursula. Aber ich muss gestehen, ich weiß im Moment nicht genau, wie das Museum heißt, aber es ist das ehemalige Naturkundemuseum. Die machen eine Riesenausstellung in der alten Gleishalle in Oldenburg im Bahnhof. Könnte das Museum Natur und Mensch sein, heißt es jetzt, glaube ich. Sehr gut, Annika. Natur und Mensch, genau, richtig. Und dort haben wir das ausgestellt, sodass es auch noch vorgeführt oder fortgeführt wird. Und die Ausstellung geht bis Ende August und wir sind eben da ein Bestandteil dieser Ausstellung, was uns sehr freut. Die Vernissage war sehr gut besucht. Wir hatten 60 Besucher in der Vernissage und 125 Teilnehmer während des Streams. Also die Vernissage wurde live gestreamt, umrahmt von einem schönen Musikstück oder mehreren Musikstücken zweier Schülerinnen vom Gymnasium Westerstädte Klavier und Flöte, sodass das eigentlich so ein ganz rundum gelungener Beitrag war. Aber für das nächste Jahr oder für die nächste Aktion, Schulen sind ja immer so träge Systeme. Maja kennt das ja auch nur zu Genüge und ich auch. Da müssen wir noch ein bisschen mehr nachhaken, weil eigentlich haben wir, ich weiß gar nicht, wir haben 44 Schulen im Ammerland oder irgend sowas und nur 10 Prozent als Beitrag. Das war ein bisschen schade. Also da müssen wir beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren. Aber nichtsdestotrotz, das schmälert in keinster Weise die Beiträge, die kamen. Die Schüler haben also, wie gesagt, selber Müll gesammelt und haben daraus Sachen gebastelt. Oben links das Bild zum Beispiel ist von der KGS Rastädte. Die haben einen ganz tollen Teich direkt an der Schule, den Ellern-Teich, den haben sie gereinigt und haben dann eine Szene nachgestellt, dass eben eine Ente, die wurde gemalt, die taucht eben unter die Wasseroberfläche und findet dort nichts außer Müll und nichts zu fressen. Das war also ein wirklich ganz, ganz toller Beitrag und die Grundschule hat Fahrzeuge gebaut aus Plastikmüll und da sich überwiegend Jungs beteiligt haben, waren das doch eine Panzerflotte, die da gebaut wurde aus den Plastikteilen. Und ein anderer sehr schöner Beitrag von der BBS war Zwischenarten. Wir haben eben aus diesen Müllkunstwerken, die sie gebaut haben, einen Müllkalender dann gemacht, sodass eigentlich auch eine große Bandbreite gezeigt wurde, was man eben tun kann. Und es haben alle versichert und es sieht auch wirklich so aus, dass es auch gesammelter Müll war und nicht irgendwie gekauft, irgendwie Plastik und dann eingezogen. Und von daher waren wir ganz gerührt auf der Teilnahme und haben uns sehr gefreut. Danke, Bernd. Ich will noch sagen, dass diese Kunstwerke da oben rechts, die jetzt bei Planet or Plastic in Oldenburg stehen, die tatsächlich, die sind, da waren die Schule ja selber auch die Figuren, die erstmal da gestanden haben und dann wurde das doch mit diesem Maschendraht oder mit... Genau, die haben sich quasi selber mit Maschendraht umwickelt, haben das dann wieder aufgeschnitten und haben dann mit Plastikmüll quasi diese Figuren aus Maschendraht dann überzogen und daraus eben diese Perspektive des Menschen gebastelt, genau. Ja, eine ganz tolle Sache und ich freue mich auch, dass die Ausstellung geht übrigens noch bis Anfang Oktober, also es gibt noch Zeit, kann man noch etwas länger sich anschauen. Und Planet or Plastic ist die, ja, die Fotoausstellung von National Geographic und in Oldenburg ist die Deutschlandpremiere und wie schön, dass wir dann dort mit diesen Kunstwerken auch vertreten sind. Danke. Sehr gerne. Aber es gibt noch mehr Kunst. Super. Noch mehr Kunst. Noch mehr Kunst. Ja, das sind wir, auch 1850, Osterholz-Scharmeck. Super. Ja gut, wir haben mit dem Club Osterholz-Scharmeck im Februar angefangen, Ende Februar die Schulen einzuladen zu einem Wettbewerb. Und das ist ja, ne, diese Aktion war gegen Plastikmüll und mit Plastikmonstern für eine saubere Umwelt war das Thema. Und das haben wir an die Schulen gegeben, also unsere Aktion jetzt, die wir jetzt im zweiten Jahr unserer Teilnahme an EPS gemacht haben, richtete sich auch wieder in erster Linie an die junge Generation, weil dort finden wir die größten Multiplikatoren für unser Problem. Und die Älteren sind zur Zeit Corona und Ukraine ja auch mit anderweitigen Gedanken beschäftigt. Auf jeden Fall, also das wurde zuerst sehr, sehr gut aufgenommen, unser Angebot. Zum Schluss sind aber nur relativ wenig Kunstwerke entstanden. Also wir haben keine zehn Ergebnisse, aber trotzdem, wir hatten dann den Aktionstag, diesmal am 20. Mai, also den Freitag, den haben wir von 16 Uhr bis 18 Uhr haben wir die Kunstwerke entgegengenommen. Das war quasi das Ende unseres Wettbewerbes und von 18 bis 20 Uhr haben wir die Umgebung eingeladen, also Osterholz, den Landkreis eingeladen. Und das haben wir medial eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet, eben diese kleine Ausstellung, die dann mit den Kunstwerken zu besichtigen, im Rathaus Osterholz-Schermbeck. Und anschließend eben zwei Vorträge mit wirklich sehr spannenden Referenten. Da war der Lars Gudu vom Alfred-Wegener-Institut, der allgemein über das Problem Plastikmüll auch jetzt gerade im aktuellen Zustand berichten konnte. Und als zwei der Referenten hatten wir eine Rosanna Schön-Arch-Argen vom BUND, die auch einen niedersachsenweiten Wettbewerb ausgeschrieben hatte, bei Kommunen mit dem gleichen Thema. Ich dachte, wir könnten uns daran beteiligen, das wurde dann aber abgelehnt, weil wir keine Kommune sind, sondern ein Rotary-Club. Auf jeden Fall, sie hat eben aus wissenschaftlicher Sicht berichtet, was der Einzelne tun kann, den Plastikmüll zu verringern und zu vermindern. So, dass er eben nicht in die Weltmeere gerät oder in die Umwelt gerät. Gab es denn die Möglichkeit für die Bevölkerung an diesem Aktionssach teilzunehmen oder war es hauptsächlich eine routarische Veranstaltung? Nein, wir haben wirklich überall Einladungen verteilt, aber wir mussten, und das ist wirklich kritisch zu betrachten, wir haben also sehr wenig, also selbst unter unseren Rotariern und unter den Umweltschutzverbänden usw. kaum jemanden motivieren können, also unserem Ruf zu folgen. Also das Rathaus, der Vortragssaal des Rathauses blieb leider relativ übersichtlich. Ja, das ist, das sagte ich gerade am Anfang auch schon, als wir anfingen jetzt mit dieser letzten Aufzeichnung, dass es im Moment tatsächlich richtig schwierig ist, Leute zusammenzubekommen, egal welche Veranstaltung läuft. Also ich hoffe, dass wir Mut behalten und einfach weitermachen, denn wichtig ist es ohnehin. Und daneben macht ihr auch noch die Spend for Projects, habt ihr auch noch für Amplastic Soup eingerichtet, habe ich gesehen. Da kann man also, wenn man irgendwo etwas kauft, geht automatisch Geld auf dieses Konto oder wie läuft das bei euch? Ja, also ich will noch einmal zu den Ergebnissen sagen. Also wir hatten im Vorfeld eine sehr gute mediale Präsenz, also die lokalen Zeitungen haben alle berichtet. Wir hatten sogar, ich glaube Fernsehen war nicht jetzt beteiligt, aber also in allen lokalen Lokalzeitungen waren wir gut vertreten. Also dass wir bestimmt von allen im Landkreis wahrgenommen worden sind. Und wir haben auch relativ mit kleinem Aufwand sehr gute Spendengelder eingesammelt. Das heißt, wir werden jetzt im kommenden Rotarischen Jahr wieder einige Bildungskoffer verteilen können. Vor allen Dingen, weil wir haben bisher acht von den Emergency Kids verteilt an Schulen in der Umgebung. Und bei unserer Aktion, zu der wir geladen hatten im Rathaus, hatten wir verschiedene Infostände, wo einige Schulen und unsere kleine Kinderakademie, eine Kinder- und Jugendakademie, die sich mit den MINT-Fächern beschäftigt, die haben schon, also beide haben mit dem Umgang des Emergency Kids berichtet und direkt praktisch vorgeführt, was sie damit machen. Also das war, das war sehr eindrucksvoll und das Tolle an der Geschichte ist eben gewesen, und das haben wir auch bei unseren ersten Preisverleihungen jetzt feststellen können, die Kids, also wir haben überwiegend eben die Grundschulklassen angesprochen, also und die waren so begeistert von dem Thema und haben da so mit viel Enthusiasmus die Dinge angefasst und also die brennen geradezu für dieses Thema. Und jetzt haben wir da, wie gesagt, eben einige Jugendliche da, also viele Jugendliche im Landkreis schon infizieren können und das sehe ich wirklich als großen Fortschritt. Und wie gesagt, und da werden wir dann auch jetzt mit unserem neuen Geld wieder die nächsten Schulen ausrüsten können. Ja, und vielleicht ist ja da eine Idee, dass man auch genauso sagt, wie ich das eingangs sagte mit dem Interac-Club, dass man das Rotary-Club zum Beispiel anbietet für jeden gefüllten Müllsack, können wir gemeinsam Bäume pflanzen oder so. Ich glaube, das ist nochmal ein extra Anreiz. Danke schön. Bitte dranbleiben, weil wir stellen nachher noch einen weiteren Bildungskoffer aus, der total interessant ist und der in diesem Jahr entstanden ist. Aber das kommt erst später. Wir sind jetzt bei einem, ja, bei einer Aktion, die noch eigentlich laufen muss, aber wo im Vorfeld ganz, ganz viel passiert ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt, habe ich das richtig? Herr Frey, sind Sie dran? Ja, das bin ich wohl. Zunächst mal möchte ich sagen, dass mich das schon sehr beeindruckt, was ich hier alles höre. Ist wirklich, wirklich toll. Und es wundert mich geradezu, dass wir nicht die Einzigen sind, die auf die Idee gekommen sind, einen Kunstwettbewerb durchzuführen und dazu einzuladen. Denn ich nehme ja jetzt zur Kenntnis, das haben andere schon vor uns getan und mit großem Erfolg. Aber anders, aber anders, Herr Frey. Sie haben ja etwas ganz, ganz Neuartiges hinzugefügt. Und wir freuen uns auch, dass Sie, liebe Frau Ritterfeld, nächstes Wochenende zur Preisverleihung bei uns sind. Wir haben uns gedacht, dass wir uns dem Anliegen von Endplastikzug anschließen. In einer deshalb schwierigen Zeit, weil wir ganz eng in der Nachbarschaft von der Flutkatastrophe betroffen waren und unter der Führung, muss ich sagen, unseres Präsidenten Hans-Otto Trümper, den ich jetzt gerade vertrete, da einen Fokus drauf gelegt haben und einen für uns namhafte Summe über 170.000 Euro zusammengetragen haben, um da Leid zu lindern und wirklich unkompliziert, aber sachgerecht zu helfen. Trotzdem wollten wir was für Endplastikzug tun und haben schon vor einem Jahr die Idee entwickelt, einen Kunstwettbewerb auszuschreiben mit Kunst und Bildung gegen die Müllverschmutzung vorzugehen. Und dieser Kunstwettbewerb trägt den klangvollen Titel, wie Sie hier sehen, nie mehr Müll, mehr in der Mitte großgeschrieben, das M und auch mit zwei E. Also mit Hilfe von jungen Menschen auf diese Problematik aufmerksam machen und zur Auseinandersetzung anzuregen durch das Erschaffen von Kunstwerken aus Plastikmüll im Wesen. Wir haben alle Brühlerschulen, wir sind ja der Rotariclub in Brühl zwischen Köln und Bonn gelegen, eingeladen dazu. Eben in Corona-Zeiten, die Schulleitungen waren wirklich entnervt und überfordert, sich einem solchen Projekt zu widmen und offen zu sein, weil sie wirklich geplagt waren durch die Vorgaben seitens des Ministeriums. Vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen war das wirklich ein Problem. Trotzdem wollten wir eigentlich auch gegen die Corona-Lähmung zugleich wirken und haben eben zunächst vor Weihnachten letzten Jahres schon die Schulleitungen aller 18 Brühlerschulen informiert, dann im Januar zu einer Videokonferenz eingeladen mit dem Bürgermeister unserer Stadt und schließlich eben diesen Wettbewerb ausgeschrieben mit einem Flyer. Bis zum 1. Juli konnten Kunstwerke eingereicht werden. Jetzt ist es so, dass 13 von 18 Brühlerschulen beteiligt sind, dass 63 Kunstwerke eingereicht, also angemeldet wurden. Die werden nächsten Freitag, nicht diesen Freitag, aber nächste Woche Freitag, dann alle auch angeliefert im sogenannten Clemens-August-Forum, wo dann die Preisverleihung auch stattfindet. Also schon eine gute Resonanz. Die Schülerinnen und Schüler bekommen selbst kein Preisgeld, sondern entscheiden über die Zuwendung von Preisgeldern an drei von uns ausgesuchte rotarische Projekte, die sich genau dieser Müllbeseitigung widmen. Also wir haben jetzt an Preisgeld gut 30.000 Euro gesammelt und stellen das zur Verfügung. Außerdem werden wir nach der Sommerpause auch die Bildungskoffer an die Schulen verteilen und damit ja auch ein Stück für Nachhaltigkeit sorgen. Wir haben den Westdeutschen Rundfunk dabei, der in zwei Schulen schon gefilmt hat und in einer dritten filmen wird und auch das ganze Projekt begleiten wird mit einem Beitrag im Fernsehen. Ja, wir haben den Kunstwettbewerb in drei Altersgruppen ausgeschrieben, nämlich für den Grundschulbereich 6 bis 10 Jahre, dann für den Bereich 11 bis 15 Jahre und drittens 16 bis 20 Jahre. In jeder Altersgruppe gibt es also drei Preisträger oder Preistragende. Ja, war das vielleicht genug fürs Erste? Ich bin ganz gespannt auf nächste Woche und was ich hier, deswegen habe ich dieses Bild auch nochmal rechts oben hinzugefügt, was ich allen Clubs immer raten möchte, bitte berichten Sie Ihrem Distriktreporter bei Rotary vom Magazin darüber, was Sie machen und dann haben Sie auch die mediale Aufmerksamkeit im Magazin oder im Online-Magazin und inspirieren dadurch auch andere. Und das haben Sie vorzüglich gemacht. Zum Glück machen das ganz viele, aber viele auch nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil dann geht auch was verloren von der ganzen Arbeit, die Sie gemacht haben. Wie gesagt, ich freue mich auf den 19.06. und ich bin ganz gespannt, was ich dort an Kunstwerken auch sehen werde, denn auch das ist immer so eine Erfahrung, was Kinder, Jugendliche, was die erleben, was die daraus machen können, wie kreativ sie sind und dass wir diese Kreativität nutzen, ist einfach großartig. Dankeschön. Sehr gern. Ja, dann sind wir jetzt in Hümmling, wenn alles richtig ist. Und in Hümmling hat man Lesen und die Lesekompetenz und die Umweltbildung zusammengeschlossen. Es gibt, wie viele Rotary Clubs wissen, das LLL-Projekt. Das heißt Lesen, Lernen, Leben lernen. Das kann man sich bei RDG bestellen. Und damit kann man Grundschulklassen, ja, Bücher schenken. Für viele Kinder ist es das erste Buch. Und wir haben es als Endplastic Soup geschafft, dass tatsächlich auch ein Buch da drin ist jetzt, das sich mit Plastikmüll im Meer beschäftigt. Und der Klub Hümmling zu Sögel hat das zum Anlass genommen, diese zweite Grundschulklasse mit so einem Buch zu versehen. Es gibt dazu Aufbereitungsmaterial für die Lehrer. Also die Lehrer bekommen Informationsmaterial dazu, sodass es in der Klasse gemeinsam gelesen werden kann mit Hausaufgaben für zu Hause nochmal. Und es also die Lese- und die Umweltbildung fördert. Also eine ganz leichte Möglichkeit, auch hier aktiv zu werden. Ja, dann ist jetzt Monika dran. Wir bleiben bei der Bildung, Monika, weil wir haben was ganz Tolles geschafft in diesem Jahr. Stimmt's? Kann man so sagen. Ich glaube, wir sind auch sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben. Denn Maja und ich hatten eigentlich von Anfang an vor, als EPS Deutschland gegründet wurde, dass wir gesagt haben, unser Schwerpunkt wird auf jeden Fall auf der Bildung liegen. Und wir haben auch gesagt, wir brauchen dafür solche Koffer für die Schulen und haben dann wirklich von Anfang an auch versucht, so einen Koffer aufzubauen. das ist uns jetzt gelungen. Und zwar wir, das sind einmal, man sieht das ja, ich komme vom Metabolon und dort haben wir einen großen außerschulischen Lernort mit über 9000 Schülern pro Jahr. Das ist also mein Team. Und das Team von Marco Beeken, nämlich von der Didaktik der Chemie an der Uni in Osnabrück. Wir haben uns zusammengesetzt und haben dann wirklich entlang des Curriculums versucht, einen Bildungskoffer aufzubauen. Und da wir dann festgestellt haben, einer reicht nicht, haben wir direkt den zweiten dazu gemacht. Das heißt also, es gibt einen für die Sekt 1 und einen gibt es für die Sekt 2. Und dann gibt es ja bei den Rotariern immer sehr viele Glücksfälle, wenn man mal richtig sich umschaut. Und ein Glücksfall war dann bei uns im Club, hatten wir Marga Rademacher. Marga Rademacher ist Vizepräsidentin des VBio, das heißt also aller Biologielehrer in Deutschland. Und sie hat dann unsere Koffer geprüft. Und das muss man sagen, deswegen hat es auch etwas länger gedauert. Die sind wirklich auf Herz und Niere geprüft worden. Aber die sind auch so geprüft, dass die Lehrer sie so einsetzen können, dass sie sie im Curriculum verwenden können. Das heißt also, dass sie im Grunde genommen in der Schule Zeit sparen, wenn sie unsere Koffer einsetzen. Ja, das ist uns jetzt gelungen. Wie gesagt, diese Koffer sind jetzt hergestellt worden. Und auch da gab es wieder eine wunderschöne Verbindung. Und zwar diesmal zum RC nach Nordhorn. Beziehungsweise falsch, zum RC von Maya. Maya. Ja, genau. Denn deren Präsident ist im Augenblick der Geschäftsführer der Lebenshilfe Nordhorn. Und jetzt ist es so, wir konnten also die Lebenshilfe Nordhorn gewinnen, dass sie a, die Koffer selber herstellen und b, dass sie sie uns schön packen. Das heißt also, wenn sie bestellt werden, kommen die dann aus Nordhorn zu ihrem Flug. Wir haben dann diesen Flyer dazu gelegt. Uns war es auch ganz wichtig natürlich, dass wir im Grunde genommen Papier sparen würden. Es geht ja auch darum, wirklich auch an die Umwelt zu denken. Man meldet sich im Grunde genommen bei uns auf der Seite an. Und dann bekommt man die Materialien zugeschickt. Und so haben wir auch die Möglichkeit, wenn es mal zu Korrekturen kommt oder wenn wir neue Ideen haben, können wir das den Schulen entsprechend zuschicken. Und auf der Seite kann man dann direkt auch den Koffer bestellen, richtig? Bitte? Auf der Seite kann man auch direkt den Koffer dann bestellen. Den Koffer kannst du über die RDG bestellen. Also die nehmen die Bestellung an. Aber ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die RDG jetzt das Formular schon hochgeladen hat. Sie hat Maja etwas Probleme gehabt. Aber wir könnten durchaus Maja den Teilnehmern jetzt doch einfach mal ein Formular zur Verfügung stellen. Denn ich habe jetzt schon an zwei Stellen gehört, dass man Bildungskoffer verteilen möchte. Und wenn man schaut, unser Koffer, wir haben ihn jetzt wirklich so im Grunde genommen bepreist, dass er den Kosten entspricht. Weil unser Danke ist wirklich, wir möchten mit diesem Koffer möglichst viel unter die Schüler bringen, damit möglichst viel Bildung im Grunde genommen stattfindet. Denn auch eben kam das aus Osterholz, der Hinweis, das ist genau richtig, Schüler sind unsere besten Multiplikatoren. Die nehmen das sowas von gut auf. Und deswegen haben wir versucht, den Koffer möglichst günstig zu gestalten, dass möglichst viele Schüler davon im Grunde genommen profitieren und dieses Material nutzen können. Ja, und vielleicht kannst du noch dazu sagen, ihr seid noch dabei, für die Grundschule auch einen Koffer zu entwickeln. Ist das richtig? Das ist richtig. Also das eine war jetzt wirklich die Kür und jetzt schieben wir den Grundschulkoffer, der wird noch nachgeschoben. Aber ich muss sagen, unsere Leute mussten jetzt erst mal Luft holen. Das ist klar. Es gibt übrigens, wenn Lehrer das möchten oder Lehrerinnen, also für die Lehrkräfte auch noch eine Fortbildung, die kann direkt an der Universität Osnabrück bei Marco Beken gemacht werden oder aber auch digital. Und wir haben es geschafft, mit Geldern von Sponsoren und von Rotary Clubs ein, ja, ein Kleinwagen uns, Wagen ist es eigentlich nicht so ein Transit, ist es, glaube ich, so ein Fort Transit zu kaufen. Eben Endplastic Soup, Rotary, alles ist mit drauf. Und das ist ein mobiles Labor und damit können auch die Schulen in ganz Deutschland besucht werden. Also Studenten an der Uni Osnabrück haben das jetzt in ihrem Curriculum, dass sie auch diese Arbeit vor Ort in den Schulen machen müssen. An den letzten beiden Punkten, die Fortbildung und auch beim mobilen Labor, da sind im Grunde genommen keine Kosten verbunden. Also als Rotary Club kann man hier ein Komplettangebot an die Schulen machen. Und ich denke, das ist einmalig und sehr schön auch. Und auch Marco Beken ist ein Rotarier und so ist das von und für Rotary, was wir als ersten Punkt da geschrieben haben, auch tatsächlich umgesetzt. Also ja, wir hatten zunächst natürlich einen anderen Bildungskoffer auch im Programm. Das war die Lösung, die auch wichtig war im letzten Jahr. Aber wir denken, dass wir im nächsten Jahr mit unserem eigenen Koffer jetzt, es steht hier auch drauf, Rotary Deutschland, dass wir deutschlandweit mit dem eigenen Material jetzt arbeiten können. Danke, Monika. Danke. Ja, ich hoffe, dass wir viele, viele verkaufen. Ich habe heute schon wieder welche bestellt und tatsächlich werde ich nachher allen auch so ein Bestellformular zuschicken. Mit dem Flyer auch. Danke. Ja, dann gibt es eine Puzzle. Den gab es eigentlich im letzten Jahr auch schon, aber da hatte er ein anderes Motiv und war dann das Puzzle vom RC Winschroten aus den Niederlanden. In diesem Jahr haben Winschroten und Lea zusammengearbeitet, haben ein Sommercamp-Puzzle gemacht und da sind alles Motive drauf, die mit einem Sommercamp zu tun haben. Es gibt noch tausend Stück, die hier beim Rotary Club Lea bestellt werden können. Ja, genau. Und ja, was will man damit machen? Mit dem Geld möchte man eine Route am Dollard entlang gestalten. Es gibt dort schon eine Fahrradhute, das ist wirklich cool, ne? Und dann soll das so ausgestaltet werden mit QR-Codes, wo man erfährt, was alles Plastik im Meer macht. Und es soll in den Häfen, also in Leer und Umgebung in den Häfen, sollen solche Plastik-Bins aufgestellt werden, die dort Plastik in den Häfen sammeln. Das ist kleiner, aber es ist auch mehr ein Awareness, also etwas, um Bewusstsein zu schaffen. Es ist nicht, um das Meer natürlich großartig zu reinigen, aber schon auch, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Ja, und dann ist Monika wieder an der Reihe, Monika, weil gerade heute hast du mir gesagt, ihr habt auch ein Puzzle und auch mit Niederländern. Ach ja, zum Schluss noch mal, ganz kurz noch eben zurück, Entschuldigung, wer noch als Rotary Club ein Sommercamp unterstützt, der sollte vielleicht auch allen Kindern, die an dem Sommercamp teilnehmen, noch so ein Puzzle. Und das haben wir letztes Jahr auch bei uns im Distrikt gemacht. Dann haben die zu Hause noch mal eine schöne Erinnerung. Und dann kommt euer Puzzle, Monika. Ja, also auch wir haben einen Partnerclub in den Niederlanden. Und irgendwie kam dann auch die Idee, wir wollen ein Puzzle machen. Es ist auch mit Windschutten abgesprochen. Aber unser Puzzle sieht etwas anders aus, weil wir ja wirklich sehr EPS-infiziert sind hier bei uns im Club. Es geht wirklich um das Thema EPS. Das sieht man schon. Also wenn man die Delfine oder so weiter sieht und den Menschen da, der am Müll sammeln ist. Also da findet sich vielleicht einer, ein und der andere wieder. Es ist also wirklich die EPS-Geschichte, die hier erzählt wird, aber auch die Möglichkeiten, die es gibt, Abfälle zu vermeiden. Wir haben natürlich auch die Zigarettenstummel dabei. Ja, und wer uns kennt, oben links, das ist Metabolon selber. Das sind halt die, da kriegen auch die Deutschlandfahne dran. Und das Hotel, das ist ein ganz bekanntes Hotel in den Niederlanden. Man lacht schon. Es ist nämlich das Hotel in Wareningen, wo die Friedensverträge unterzeichnet worden sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen hat Wareningen das gebracht. Wir haben Metabolon gebracht und das Thema EPS. Die Puzzle sind gerade in den Niederlanden in der Produktion. Ich habe hier mal, das ist so ein Dummy, den Sie mal vorbereitet haben, damit man mal sieht, wie es aussieht. Aber der wird auch in den nächsten Wochen werden wir dieses Puzzle also zur Verfügung haben. Und es geht in die Vermarktung. Und auch da werden die Erlöse natürlich wieder EPS zugutekommen. Ja, also zunächst das Sommercamp-Puzzle kaufen. Die sind ja rasch ausverkauft. Und dann kommt Weihnachten und dann haben wir dieses Puzzle. Man kann nicht genug Puzzle. Puzzle in die Niederlande so gerne. Warum machen die Puzzle? Die Niederländer machen das gerne. Ja, genau. Also die Niederländer, ich habe auch diskutiert, habe gesagt, noch nicht schon wieder ein Puzzle. Dann haben sie mir gesagt, doch, wir puzzeln aber so gern. Ja, und also dieses Hotel, wo eben der Friedensvertrag mit den Niederlanden unterzeichnet wurde. Es gibt eigentlich, denke ich, auch was ganz Tolles wieder. Denn wenn wir die Plastikvermüllung bekämpfen, sorgen wir auch für mehr Frieden. Denn gerade die Umweltverschmutzung wird zum weiteren Kriegen führen. Schmutziges Wasser, Trinkwasser. Ja, wir haben knappes Trinkwasser auf der ganzen Welt. Und wenn das dann auch noch verschmutzt ist, dann ist der Kampf ums Wasser natürlich noch größer. Und von daher, denke ich, passt das auch ganz schön. Danke, Monika. Gerne. Ja. So sind wir auch kreativ, ne? Also ist wie so kreativ. Aber du hast gerade was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Also dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Und das ist eben dieses grundsätzliche, ja, dieses Engagement für den Frieden kann eben auch und muss eben auch über das Thema Umwelt und eben Umweltbildung gehen, ja. Ja, also wir haben ja Ambassador-Clubs in Deutschland. Aber es gibt auch, und das gab es schon vor dem Krieg in der Ukraine, Ambassador-Clubs in Russland. Und dazu haben wir übrigens immer noch Kontakt. Und die haben auch Großes vor, sobald es möglich ist, gemeinsam mit den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres, um dort tatsächlich auch große Aktionen zu machen. Und da sieht man auch, dass es auch friedensstiftend sein kann. Hoffentlich, ne? Genau. Ja, wir sind bald am Ende. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass man als Club auch was ganz anderes machen kann. Der Club, unser Ambassador-Club Großhansdorf im Distrikt 1890 hat zum Beispiel vier Veranstaltungen gemacht, dazu alle Clubs in den Distrikt eingeladen. Und das letzte Mal war ich selber mal wieder dabei. Und da waren tatsächlich 19 Clubs vertreten und haben dann immer einen interessanten Vortragsredner eingeladen. Das war online. Man kann sich sowas natürlich auch in Person vorstellen, dass man aber auch ein breites Publikum dazu einlädt, womöglich neue Mitglieder findet, interessierte Menschen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen möchten. Und ja, ich war überrascht, wie gut das gelaufen ist, wie toll die Fragen nachher waren und ja, wie viel Aufmerksamkeit dieser Club Großhansdorf dadurch auch bekommen hat. Cool. Das ist auch, ja, das ist eine coole Sache eigentlich, ne? Einfach Leute zusammenzukriegen zu einem Thema. Der Multiplikationseffekt ist nicht zu verachten. Das ist wirklich so, ja. Ist Frau Susanne Rosbach im Moment da oder noch nicht? Sie wollte versuchen, dabei zu sein. Ja. Ich kann ganz kurz erzählen, was hier passiert ist. Das war auch noch Action Day. Ja, ein Fisch. Ja, ein Fisch, ne? Ja. Zwei davon sind in Harlinger-Siel ans Wasser aufgestellt, ja. Und was man hier gemacht hat, und das finde ich auch eine ganz tolle Idee, man hat Rotary, Rota-Act, Inter-Act und Inner-Wheel. Ach, cool. Das ist doch cool, ne? Die haben das gemeinsam gemacht, haben übrigens auch das Ganze wieder, ne, hier veröffentlicht auf Rotary Online. Und ja, diese Fische sollen zunächst, natürlich sind es Müllsammelbehälter, also Plastikmüllsammelbehälter, also wenn man was findet, dann ab in den Fisch. Ich glaube, das ist schon mal schön. Und auf dem Schältchen hier ist natürlich, das kann man jetzt von dieser Seite leider nicht sehen, aber da ist Rotary erwähnt und auch, warum das Ganze gemacht wird. Und ich denke, so was, ne, das ist einfach Kunst am Strand, wird gefüllt. Natürlich muss man, wenn man so was veranstaltet, auch immer dafür sorgen, dass es nachher entleert wird. Ja. Das ist doch auch eine tolle Idee, oder? Super cool. Also einfach, du musst dir ja überlegen, die Leute auf der einen Seite, wenn dieser Fisch jetzt komplett gefüllt ist, man sieht ja die Dimensionen dieses Fisches. Das heißt, auf der einen Seite schafft man Sichtbarkeit, indem man etwas Gutes tut, denn das Gerippe, der berücksichtige Fisch wird einfach noch sichtbarer als ohnehin schon. Und man schafft einfach, ja, ein Bewusstsein und einen Gesprächsanlass für alle Leute, die vorbeikommen. Ja. Sowohl in Bezug auf Rotary, als eben auch in Bezug auf Umweltbewusstsein. Also ich finde das total super. Ja, und ich fand die Zusammenarbeit eben halt auch schön. Es ist eine, also Witten und Esens ist eines der wenigen Clubs in Deutschland auch, die einen Interakt-Club betreuen. Und die war natürlich hellauf begeistert, weil das ist auch ein Thema, was sie beschäftigt. Die Rote Akte haben mitgemacht, ja, und mit Inabil zusammen. Also Zusammenarbeit ist ganz, ganz wichtig, auch wenn man Aktionen macht. Ja, ein Ausblick erst mal. Und ich habe einen Punkt, damit hätte ich eigentlich anfangen müssen, weil wir haben jetzt die Ideen, die gemacht wurden, die haben wir auch gesammelt in unserem Online-Ideen-Kochbuch. Das ist, im Moment wird es überarbeitet. Man kann es aber immer noch finden auf der Seite beim Bergischen Abfallwirtschaftsverband. Also wenn man Ideen-Kochbuch and Plastic Soup googelt, dann kommt man auf jeden Fall auf diese Seite. Da haben wir neue Ideen mit hinzugefügt. Und ich schätze, dass wir am Wochenende mit dem neuen Buch dann auch online sind. Vielleicht wird es nächstes Wochenende, aber auf jeden Fall in 14 Tagen ist das gemacht. Sollte ein Club eine tolle Idee haben, bitte melden. Dann kann das auch in das Ideen-Kochbuch aufgenommen werden. Ja, wie am Anfang schon erwähnt, möchten wir entweder jeden zweiten Monat oder einmal pro Quartal diese Reihe fortsetzen. Das werde ich mit Annika noch genau abstimmen und mit dem Endplastic Soup Team Deutschland natürlich auch. Ich hoffe, dass wir noch mehr Supporter-Clubs in Deutschland gewinnen können. Denn je mehr wir sind, je mehr Impact wir auch erreichen. Und das ist natürlich wichtig. Ich möchte ganz gerne, und das müssen wir auch noch weiterentwickeln, aber dass, wenn ein Rotary Club jetzt so einen neuen Bildungskoffer von EPS kauft, dass man dann Schulumweltpater ist von einer Schule und dass man dafür zertifiziert wird, das vielleicht auf seiner Webseite erwähnt. Also, dass man wirklich auch zeigt, dass man sich mit der Umwelt beschäftigt und mit den Schulen auch. Ich glaube, dass diese Verbindung wichtig ist. Ja, und weitere Aktionen natürlich, Projekte, Global Grants. Wir haben gerade gehört, dass ein 50.000 Euro großer Global Grant jetzt tatsächlich umgesetzt werden kann. Wir sammeln noch Geld für ein Projekt in Bosnien-Herzegowina. Denn die Umweltverschmutzung, die Müllverschmutzung, die Plastikmüllverschmutzung ist nicht nur in der Dritten Welt. Sie ist sogar vor der Haustür, denn auch in den Balkanländern gibt es vielerorts kein richtiges Waste-Management-System. Und ja, der Müll, der landet einfach in der Drina, in der Donau und ja, über diese Flüsse halt ins Meer. Da müssen wir halt eben was machen. Und wer sich noch beteiligen möchte, bitte melden, einfach mir mal kurz schreiben. Dann nehme ich das in die Liste auf. Wir brauchen nicht mehr viel, aber so ein kleines bisschen noch, weil wir einen Grant haben, der über 200.000 Euro groß ist, mit eigentlich den gleichen Zielen wie der Grant auf dem Nil, allerdings in einem anderen Format. Und das soll so ein Projekt werden, was man auch leicht auf andere Länder kopieren kann. Und dann wird es vielleicht auch etwas günstiger. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Ich sehe, dass jemand im Chat was geschrieben hat. Uh, das sehe ich hier nicht. Ja, das mache ich. Das ist eine private Meldung an mich, aber das mache ich natürlich gerne. Ja. Und ich glaube mal ja, wenn man, also du sagst gerade Ausblick, aber wenn ich jetzt den Rückblick auf heute mal mache, wir sind jetzt wie lange eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde online. Und ich habe von so vielen tollen Projekten gehört, die einfach wirklich alle das gleiche Ziel verfolgen. und das muss man sich immer wieder bewusst machen, dieses gemeinsam für eine Sache arbeiten und Leute ranholen und Sichtbarkeit forcieren und auch Menschen ins Boot holen, die vielleicht noch nie was von Rotary gehört haben. Ich finde das unglaublich inspirierend gerade. Ja. Ja, und weißt du, in diesem vergangenen Jahr ist auch so viel passiert. Ich habe ja gerade gesagt von den Young Ambassadors, also die Nina aus Indonesien, die ist tatsächlich eingeladen worden als Ant Plastic Soup Young Ambassadorin bei den Vorbesprechungen der G7 Umweltkonferenz. Und das war natürlich etwas Großartiges. Und sie ist dadurch, dass sie Ant Plastic Soup Young Ambassador ist, hat man sie mehr oder weniger dann entdeckt. Und das ist einfach schön. Also sie hat schon einen Namen, aber in Deutschland eben halt durch Ant Plastic Soup. Und ja, das ist natürlich eine großartige Sache. Und wir haben jetzt ein paar Beispiele gezeigt von Clubs, die das auch deutlich vermarktet haben oder sich mit mir in Verbindung gesetzt haben. Aber es gibt natürlich zig Beispiele, die wir jetzt nicht mal nennen. Ja, richtig. Das lässt doch hoffen eigentlich. Ja, genau. Es ist viel, viel mehr passiert und auf der Welt übrigens auch. Also Ant Plastic Soup ist im Moment überall sind Menschen aktiv, ob es in Afrika ist, Asien, viel jetzt auch in Amerika, also in den Vereinigten Staaten. Da waren wir lange, da war das Problem auch lange gar nicht so bekannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man die neuesten Berichte auch von Wissenschaftlern hört, ob es jetzt der Boden ist, der verseucht ist. Heute war ja im ZDF auch nochmal vom Alfred-Wegene-Institut, dass über die Luft eigentlich noch viel mehr Plastikmüll verbreitet wird als nur über die Gewässer. Das macht schon Angst, weil man auch weiß, dass es auf den menschlichen Körper Einfluss hat und eben halt auch auf das Klima. Also das wird oft vergessen. Meistens denkt man, ach, nur die Meere sind vermüllt. Nein, es ist nicht nur die Biodiversität, es ist unsere menschliche Gesundheit, Gesundheit von Tier und Pflanzen, aber eben halt auch das Klima, das stark verändert wird eben durch Plastikmüll. Ja, da wären wir. Aber mit frohen Ausblicken, finde ich. Und ich danke auch allen, die heute Abend dabei gewesen sind für ihre Beiträge, für ihren Einsatz. Und ich finde, gemeinsam macht es auch noch mehr Spaß. Also ich bin ständig voller Energie, wenn ich mit Menschen rede, die mitdenken, die gestalten und die die Idee voranbringen. Und ob das jetzt ein Plastik-Soup ist oder Bäume pflanzen, aber wir als Rotarier müssen uns eben halt für die Umwelt einsetzen. Ich finde, das ist unsere Aufgabe. Und ja, Annika, dir möchte ich ganz besonders danken, denn du hast in dem vergangenen Jahr immer mir sehr, sehr, sehr viel Arbeit aus den Händen genommen. Du hast immer Einführungsgespräche mit allen Interviewpartnern geführt, hast dich richtig, richtig vorbereitet und reingekniet. Und ich danke dir dafür. Ich bewundere das auch. Und du hast uns durch ein wunderbares Jahr geleitet. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Ich würde dir jetzt noch einen Paul-Harris-Fellow verleihen, aber ich darf das jetzt im Moment nicht. Aber im letzten Jahr hast du ihn gekriegt und den hast du auch wirklich verdient. Ja, ich kann den Dank wirklich nur zurückgeben. Ich habe es immer sehr genossen, vor allen Dingen auch den eigenen Horizont zu erweitern. Und ich glaube, die Interviewpartner, wenn ich das hier so sehe, werden uns nicht ausgehen, egal wie oft wir das Ganze machen. Aber wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen und wir haben beide sehr viel gegeben und auch dann entsprechend tolle Interviews umgesetzt. Vielen, vielen Dank für deine tollen Connections und deine Vorarbeit und das Zuarbeiten. Und ich genieße es immer wieder sehr. Vielen Dank und danke auch an die Runde. Ich kann mich, Maja, nur anschließen. Unglaublich tolle Projekte, die natürlich jetzt nicht vorbei sind, sondern vielleicht auch gerade erstarrten. Deswegen haltet uns bitte alle auf dem Laufenden. Genau. Und dir noch mal danke, Maja. Und wer noch mehr von dir wissen und hören möchte, man kann dich buchen. Immer, ja. Bei Vorträge.de, da gibt es auch Vorträge zum Thema Plastikmüll, aber auch eben zu einem besonderen Thema von Annika Blanke. Annika, vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen Werbung für dich machen und dann schließen wir die Aufzeichnung. Werbung in einer Sache. Danke, Maja. Das kommt jetzt ein bisschen unverhofft. Ich bin selber Poetry-Slammerin und Kabarettistin, aber eben vor allen Dingen Poetry-Slammerin. Und wer vielleicht jetzt denkt, was ist das denn? Genau für diese Menschen ist gerne mein Vortrag, denn ich werde diese etwas neu modische Dichtkunst, den Dichterwettstreit, die Bühnenpoesie gerne näher bringen in Zeitspann von Minimum 20, die üblichen Rotarischen, bis maximal eine Stunde mit Lesungen. Also ich habe da immer sehr viel Spaß und freue mich immer, mein Herzensthema weiterzugeben. Wo es übrigens auch Themen-Slams gibt, wie zum Beispiel Umwelt-Slams. Also das lässt sich auch gut verbinden. Natürlich. Und dafür werden wir dich noch im nächsten Jahr, werde ich dich interviewen, ja mal zu diesem Thema. Das machen wir. Da haben wir schon mal das erste Interview. Dankeschön. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Die, die noch Projekte haben in diesem Rotarischen Jahr, vor allen Dingen natürlich nach Brühl viel Erfolg. Ich freue mich auch drauf. Und alle anderen, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr sehen, dass ganz viele Bildungskoffer verkauft werden, dass die Greta und die jungen Leute, auch Hannah und ihre Mannschaft, dass die Projekte umgesetzt werden und dass wir im nächsten Jahr einen Rückblick haben, der noch mehr Energie zeigt, als es in diesem Jahr war. Möchte noch jemand etwas hinzufügen, ansonsten stoppe ich jetzt die Aufzeichnung.